Ich bin Bremer und mein Name ist Erich Sturm. Ich bin 61 Jahre alt, glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, die jetzt ihr Studium beenden und ich wohne in der Gartenstadt Pfarr und lebe jetzt schon seit 40 Jahren in Bremen. Ich bin gelernter Krankenpfleger, habe auch lange in dem Beruf gearbeitet, habe dann aber noch auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt und noch ein Studium abgeschlossen und bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig in der IT-Branche, allerdings auch im Gesundheitswesen. Dabei habe ich festgestellt, sowohl in meiner Tätigkeit, also als angestellte Person, als auch selbstständig, dass die Menschen vor Ort viel eher um die Probleme wissen und auch Lösungen für ihre Probleme haben, als dass, wenn dann Experten kommen und sagen, so müsst ihr es machen oder so müsst ihr es machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich in der Politik engagiere und warum ich möchte, dass die Menschen ihre Expertise, ihr Wissen, ihr Know-how einbringen können in die Politik, ohne dass sie unbedingt Politik machen müssen. Das wollen wir auch über die direkte Demokratie erreichen. Und ich mache jetzt seit, ach, ich bin schon lange an Politik interessiert und bin seit 16 Jahren parteipolitisch unterwegs, zwei Jahre jetzt für die Basis. Und ich bin eigentlich Politiker aus Notwehr geworden. Ich habe mich immer geärgert, dass meine Themen und das, was mich interessiert, nicht vertreten worden ist und dass anscheinend Lobbyisteneinflüsse größer sind als das, was von den Menschen vor Ort kommt. Es hat mich immer geärgert, dass ich das Gefühl habe, dass da gar kein Wissen um die eigentlichen Probleme sind, sondern dass das von oben bestimmt wird, so müsst ihr es machen und nicht anders. Das kann man in ganz vielen Bereichen erleben und ich bin fest davon überzeugt, dass viele politische Entscheidungen anders gefallen worden wären, wenn die Bürger hätten mit abstimmen können, beziehungsweise wenn allein schon es gereicht hätte, dass sie ihre Expertise, ihr Wissen, ihr Know-how mit eingegeben hätten. Das ist bis heute nicht passiert. Das wollen wir ändern. Wir glauben, dass Politik anders gemacht werden kann. Wir glauben, dass durch die direkte Demokratie eine Belebung der Demokratie wieder stattfindet. Und das wollen wir zusammen mit euch umsetzen. Wir wollen eure Stimme ins Parlament bringen. Wir wollen aber auch, dass ihr selbst weiter abstimmen könnt. Dafür setzen wir uns ein. Dafür treten wir an. Dafür haben wir unser Herzblut. Und ich hoffe, dass ihr seht, was für eine Chance da drin ist. Wir sind für euch da. Bremen mitbestimmen.